hallo meine freunde recht herzlich willkommen zum letzten video 2022 wir beenden das jahr mit einem persönlichen top und flop video ich nenne und zeige euch meine persönlichen tops des jahres 2022 erzähle euch was mir persönlich so sehr gut gefallen hat aber wir müssen natürlich auch über die flops reden und da ist natürlich wie immer alles geschmackstache deswegen schön geschmeidig bleiben was waren eure tops und flops des jahres 2022 das könnt ihr gerne unten in die kommentare reinschreiben ich fange an mit ein paar tops und dann kommen wir zu flops ich versuche das immer so ein bisschen abwechselnd zu machen top war auf jeden fall für die masters of the universe fans im jahr 2022 was da an printmedien auf den markt kam es ging natürlich weiter mit den bänden der retrofabrik ein band fehlt noch dann sind die alten e harper comics abgehakt super projekt für alle fans der masters of universe und für alle fans von alten comics und dann gab es natürlich auch von die welt der meister diese werbeheft bände das ist jetzt ein band von zwei das andere ist auch noch mal so dick gewesen war es ist es ist gigantisch es ist sogar so dermaßen gigantisch es gab ja mal so ein sonderband zu den masters of universe kinofilm irgend so ein zeitschriften verlag der bringt das nächstes jahr im februar jetzt auch raus noch mal so als special aber ich glaube dass hier sowas von den welt der meister magazine das ist kaum zu toppen war für mich persönlich richtig geile veröffentlichung da habe ich mich persönlich auch richtig drüber gefreut tun wir das mal hier zur seite top fand ich außerdem noch ja bleiben wir gerade mal allgemein masters of universe vintage figuren in der persönlichen privaten sammlung ich muss sagen ich habe über das jahr 2022 richtig wieder so ein bisschen eine sammlerleidenschaft entdeckt ist jetzt ein bisschen weit hergeholt aber ich habe endlich mal wieder so ein bisschen feuer gespürt man hat endlich mal wieder auf ebay täglich die rubriken und kategorien durchforstet was gibt es neues von den masters of universe gott sei dank bin ich nicht einer dieser pingeligen figuren sammler das heißt ich habe es ein bisschen einfacher vielleicht auch figuren zu finden die mir gefallen könnten oder wo ich sage okay die kann ich mir die sammlung stellen ich habe mit zwei drei figuren angefangen mittlerweile habe ich fast zwei billig regale voll mit masters of universe vintage figuren beziehungsweise kommemorativ figuren und war einfach ein geiles feeling ja das irgendwie keine ahnung ich weiß nicht wie man das am besten beschreibt die leute die das selber sammeln die wissen wahrscheinlich was ich meine wenn man natürlich mal bedenkt wie bin ich denn dazu gekommen zu den masters of universe vintage in meinem kompletten billig regal dann muss man natürlich über meine persönlichen flops auch leider sprechen und da gehen jetzt wahrscheinlich die ersten münder auf und zwar die flops 2022 da gehören für mich persönlich auch die masters of universe origins figuren dazu eine toy line von der ich anfangs sehr sehr begeistert waren die ich sehr sehr geil fand ihr wisst ja ich hatte mir auch am anfang alle figuren gekauft aber ich muss sagen was im jahr 2022 dann so nach und nach abging das hat mir dann eher die lust genommen diese toy line noch zu sammeln es hat damit angefangen dass man im prinzip mit waves totgeschmissen wurde ich persönlich bin ja eher so ein fan wenn das so geschmeidig auf den markt kommt man muss auch nicht vielleicht nicht alle figuren auf den markt werfen aber die origins sind ja eigentlich dafür gedacht dass die heutige kinder generation damit spielen soll auch wenn es nicht wirklich eine zeichentricks serie dazu gibt zu den figuren letztendlich sind es doch aber auch die viele 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 der alten sammler die sich die origins ins regal stellen oder neue sammler die entweder denken das sind neuauflagen der alten figuren eins zu eins aber und sich freuen das problem was ich mit den masters of universe origins figuren habe vor allen dingen dieses jahr wie gesagt man wird totgeworfen mit figuren es fängt an mit variant varianten von figuren es fängt an mit exklusiv figuren die man nur online importieren kann es fängt an mit eternia playset sage ich nur all solche geschichten wo halt nicht jeder drankommt es fängt auch allein schon damit an dass die waves gar nicht alle geschäfte erreichen bei uns in deutschland es gibt sogar immer noch figuren die gibt es doch gar nicht bei uns in deutschland und wird es wahrscheinlich auch gar nicht geben das heißt wenn man von anfang an drauf aus war alles zu kaufen dann guckt man halt auch blöd in die rohre in die röhre muss importieren muss über scalper kaufen ich sag jetzt extra scalper weil auch durch die masters of universe origins figuren man man es wird wieder gescalpt ohne ende sobald eine exklusiv figur draußen ist und ausverkauft ist kannst du direkt auf ebay kleinanzeigen gehen und dir dort die ganzen anzeigen raussuchen was die leute dann wieder verkaufen für 100 euro wollen sie dann meistens so start erstmal versuchen sie es mit 100 euro für eine 30 40 euro figur vielleicht teilweise sogar weniger das hat mir persönlich den kompletten spaß an den origins figuren genommen und ich habe mir dann auch gesagt nein ich kaufe wenn überhaupt nur noch origins figuren die ich mir als vintage figur höchstwahrscheinlich nicht leisten kann beziehungsweise leisten will aktuell in der sammlung ist das zum beispiel der king render habe ich oben stehen und ein scareclaw mein king render werde ich mir höchstwahrscheinlich nie als vintage figur holen viele von den anderen figuren die es bereits gab habe ich als ich sage jetzt mal vintage figur im regal stellen adam heeman skeletor faker horde tuber hordak liege trapture webster triclops cobra khan ein snauz bauten roboto die habe ich alle als vintage figur und ich persönlich ich habe es ja schon mal gesagt mir geben die vintage figuren einfach mehr ich gucke mir die an wenn ich sie mir ins regal stelle wenn ich sie in der hand habe das sind erinnerung an die kindheit die orange figur ist eine tolle figuren allein schon dass bei den meisten figuren oder bei fast allen figuren glaube ich diese action features fehlen wie wasserspritzen oder irgendwelche sachen abschießen oder arme runterschnellen lassen wie bei fisto und co ist für mich schon so 50 prozent punktabzug und ja wohl dem der der auch den platz hat sich das alles noch mal aufzustellen aber allein auch schon was es für gebäschel und streitigkeiten gibt wegen den origins figuren wir haben die leute die andere leute am pfeifen weil sie halt scalpen was verständlich ist wir haben dann leute die flexen damit ihren origins figuren als ob es die größte vintage sammlung wäre was ich wo ich auch null verständnis dafür habe weil mein gott die figuren kosten ich sage jetzt mal 15 bis 17 euro was flexet ihr mit mit figuren die wo jeder dran kommt und die 15 17 euro kosten jeder soll sammeln was er möchte mein gott um gottes willen dafür sind die figuren ja auch da aber wenn man dann in so ein regal voller origins guckt muss man zwei mal hingucken ob es nicht eine vintage sammlung ist und dann sieht man das sind ja origins figuren und die leute flexen dann damit als ob es die größte winter sammlung wäre es gibt schon viel viel schatten einiges an licht gibt es bei den origins aber auch viel 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 schatten innerhalb der community ist finde ich und was mich persönlich noch mal am aller allermeisten nervt wenn man auf der suche nach masters of universe vintage figuren ist oder nach mocks und so und überall haste dann die punkt punkt origins figuren jetzt erstmal musste ich erstmal durch 30 origins figuren durchspülen bis du meine vintage figuren findest auf sage ich jetzt mal übertrieben das nervt mich persönlich doch schon ziemlich ab aber machen wir weiter auch im allgemeinen gesehen war das jahr 2022 für meine retrosammlung für meine retrotäusammlung ziemlich geil diesen bumblebee konnte ich mir ja auch erwerben der war ja ein richtiges schnäppchen das hat mich wirklich sehr 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 gefreut ich weiß ich habe schon erwähnt ich habe mehr masters im regal als transformers aber für mich sind die transformers das was für viele leute die masters of universe sind die haben doch ein leicht kleiner höheren stellenwert weil ich als kind einfach mehr transformers hatte als masters of universe ich will die jetzt nicht gegenseitig bewerten hier und da ich habe theoretisch aber mehr mit masters gespielt durch ein kumpel also das ist eine ganz verwirrte geschichte bei mir aber in meinen persönlichen sammlungen daheim in der spielzeugkiste hatte ich einfach mehr transformers als masters deswegen fand ich das auch schon ziemlich geil dass ich hier diesen bumblebee erwerben konnte und anfang des jahres gab es ja zum beispiel auch hier diesen starcom shadowbad auch eine richtig geile sache starcom jetzt nicht unbedingt eine toyline mit der ich sehr sehr viel gespielt hatte da gibt es ja auch dutzend fahrzeuge etc pp aber so ein shadowbad der macht sich schon ziemlich geil in der sammlung da habe ich ja dann auch noch den wie heißt er hier den schwarzen kleinen jet habe ich ja auch noch bekommen wenn ich da irgendwann in starmax bomber bekommen und nein nicht den auf ebay für 800 euro für 1000 euro nein danke wäre das eine richtig geile sache ist ja auch immer schön wenn man noch sachen in der sammlung offen hat ziele die man sich setzen kann die man vielleicht mehr erreichen will in der sammlung dementsprechend ist das eine ziemlich coole sache ist so jetzt kommen wir mal noch mal zum flop kann ich jetzt auch nichts großartig zeigen persönliche enttäuschung für mich war kobra kai staffel fünf kobra kai staffel fünf hat es seine coolen momente gehabt streite ich nicht ab aber die erwartungshaltung an die fünfte staffel war dermaßen groß und ich persönlich ich hatte ja auch schon mal so mini review gesagt ich persönlich war halt einfach enttäuscht weil zu wenig charaktere weitergeführt wurden weil auf zu wenig charaktere eingegangen wurde zu wenig charaktere aus den vorderen früheren staffeln waren einfach nur beiwerk die wir mal hauptsache man hat sie mal gesehen und im großen und ganzen haben die paar highlights der staffel fünf das nicht rausgerissen dementsprechend war ich von staffel fünf enttäuscht im jahr 2022 so dann machen wir mal weiter kommen jetzt mal zu filmen also liebe filmfreunde ab jetzt dreht sich um filme und film edition zu meinen tops des jahres 2022 gehört ja sie hat es gerade noch so rein geschafft diese drive collectors edition limited edition wie auch immer man das nennt aus england theoretisch könnte man sagen vom inhalt und vom aufbau war ich minimal enttäuscht da hatte ich mir einen kleinen tick mehr erwartet bzw hätte man mehr rausholen können allerdings bin ich ja absoluter treifen und freue mich über jede edition über jedes die book media book über jede kollektion kollektors edition die da noch auf den markt kommt denn bei drei bin ich absoluter verpackungssammler beim thema collectors edition mit schuber hat mir dieses jahr auch von warner in deutschland noch was spendiert bekommen und zwar einmal poltergeist und einmal lost boys beide sind im prinzip gleich aufgebaut hat cover schuber mit steve books drin und ein paar goodies sieht man nicht allzu oft bei uns in deutschland im ausland sind es das ja mal öfters am wert beide editionen waren schnell ausverkauft wurden schnell von scalpern weitergeleitet dennoch habe ich mir beide geleistet bin mit beiden relativ zufrieden man kann immer aus jeder edition noch ein bisschen mehr rausholen das ist klar es muss auch immer noch ein paar prozent sein die man hätte rausholen können für mich persönlich gehören die zwei edition aber auf jeden fall zu den top des jahres 2022 wenn wir mal ich schwenke mal rüber erstmal zu pidax beziehungsweise pidax animation ja die haben ja doch für mich persönlich für einige frustmomente gesorgt jetzt im jahr 2022 ihr wisst ja ich habe ja fast das komplette pidax animation programm kann man ja so sagen vielleicht ein zwei ausnahmen und die hatten auch wieder fleißig angekündigt und teilweise auch schon auf den markt gebracht angekündigt war zum beispiel für den 9 12 captain planet eine serie auf die ich mich sehr 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 gefreut hatte und dann gab es mal wieder den storno mal wieder warum ja so ein problem hat man ja auch mal mit den königinnen der 1000 jahre gehabt was eigentlich mit königin der 1000 jahre flops 2022 was ist mit der königin der 1000 jahre mal kurz ein bisschen vom thema abkommen ksm hatte doch auch angekündigt dass das erste volumen im dezember erscheinen sollte habe ich auch nichts mehr davon gehört hat weiß einer was mit der königin der 1000 jahre ist wo ist die königin der 1000 jahre ich will das ding endlich in meinem regal da hinten haben aber es war ja nicht nur captain planet der auf einmal verschwunden war auf einmal waren dutzende zeichentricks serien bei pidax aus dem shop verschwunden auch aktuelle titel die erst paar wochen vorher erschienen sind dann gab es zum beispiel auch noch hier die 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 freddie krüger serie die dann auch auf einmal verschwunden war aus dem shop es hat einige titel betroffen es war einfach weg bei amazon konnte man die sachen teilweise noch kaufen wahrscheinlich weil die hat schon ausgeliefert waren aber im shop es war einfach verschwunden und pidax hat auch keinerlei informationen rausgeholt warum diese ganzen sachen auf einmal verschwunden waren von heute auf morgen jetzt kann sich jeder sein teil denken vielleicht machen wir weiter mit film edition die mir gefallen haben im jahr 2022 denn so viele waren es halt auch nicht aber sylvester stallone wurde wenigstens mit ein paar editionen gewürdigt unter anderem mit den zwei media books hierzu over the top und demolition man demolition man gefällt mir ein bisschen besser das media book dafür war over the top natürlich billiger aber zwei absolute ja kultfilme von stallone kann man auf jeden fall sagen dementsprechend sind die natürlich auch auf jeden fall in meine sammlung gewandert und wir hatten für mich persönlich ich weiß es nicht so ganz genau ob es ein kandidat ist für die top veröffentlichung des jahres aber diese collectors edition rambo first blood von fabi ist zumindest für mich die optisch schönste edition des jahres 2022 also wenn man das ganze in verschiedene kategorien aufteilen müsste die optisch schönste variante da jetzt auf jeden fall den preis gewonnen für die edition des jahres 2022 ich habe mich jetzt nur für diese variante entschieden es gab ja noch so eine größere variante könnte zum beispiel beim play zocker sehen der hat ja gezeigt oder beim vor ist 82 was will man da mehr ein absoluter kultfilm im exklusiven stil book in einer exklusiven edition die auch noch richtig geil aussieht wunderbar also editionsmäßig für einen film auch wenn man jetzt darauf achtet für einen film ist es für mich auch die beste edition des jahres 2022 optik und eine edition zu einem film die edition des jahres 2022 für mich was ein wunder ist denn kommen wir wieder zu flops zu sprechen ich wollte erst ein paar sachen hier zeigen aber ich habe gar nicht mehr alles im regal flops des jahres 2022 sagen wir mal ganz provokativ in die kamera fast alles was an stil books und media books in deutschland erschienen ist sagen wir es einfach mal so total frech also ich sag mal was das niveau angeht meine persönliche meinung dass was das niveau angeht was die books und media books angeht bei uns in deutschland es ist schwer dass im jahr 2023 noch zu unterbieten ich will nicht leugnen dass es tatsächlich irgendwo von 100 editionen mal vielleicht 234 vielleicht auch fünf editionen gibt die gar nicht mal so schlecht sind oder teilweise richtig gut aber wir reden hier von hunderten veröffentlichungen was da auf dem stil book mark raus kommt ist teilweise einfach nur 08 15 zum beispiel war ich dann letztendlich doch sehr enttäuscht von den indianer jones die book von den neuauflagen ich hatte gott sei dank die erstauflagen nicht und habe gesagt ich hole mir die weil ich möchte das gerne im regal haben die motive vom front cover waren theoretisch auch ansehnlich und gut aber der rest 08 15 enttäuschung wie das media book zu dirty dancing zum beispiel kleines media book fast eine eins zu eins kopie vom dvd media book und dann noch die bildqualität so la la von dirty dancing und das zum preis von was war der 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 release preis 35 euro oder mehr dann haben wir sowas gehabt wie ich nenne es jetzt nur mal beispielhaft weil ich war halt enttäuscht dass media book zu new kids womit an card beworben wurde aber die ganz normalen wie packs drin waren also die geschnittenen wie packs es wurde beworben die komplette serie noch dass die dabei wäre es ist aber nur die dritte staffel drauf ja es gab in deutschland bis dato nur die dritte staffel aber es gibt halt drei staffeln und die anderen zwei staffeln waren nicht drauf ein foto geschopptes cover front cover ja das ist wieder alles aus der sammlung raus geflogen also indianer jones die books habe ich noch ich habe auch noch dirty dancing wir haben veröffentlichung also was mich persönlich wundert ich sag jetzt nicht stört weil mir kann es egal sein ich kaufe ja die sachen nicht aber was mir jetzt persönlich gerade in den letzten wochen und monaten im bereich der media books aufgefallen ist es kommen doch kaum noch top titel im media book also wir haben auf der einen seite labels die bringen filme raus die ich wahrscheinlich als ja möchte gern film fan noch nie gehört habe irgendwas von den titeln teilweise vielleicht sind es die größten knaller filme die es je gab und ich war kenne es halt einfach nicht weil ich als keine ahnung von film habe aber ihr wisst schon worauf ich hinaus will und dann gibt es auf der anderen seite labels die bringen dann filme raus die gab es damals zu meiner zeit als ich mit dvd sammeln angefangen habe so um die 2000er rum waren das filme die damals ja ich sag mal angesagt waren wo man damals gesagt hat ja die musste mal gucken aus dem und dem grund der ist so voll brutal und tralala die kommen jetzt alle raus nach und nach der film der film der film wo ich mir sagt er war also für meinen film geschmack vor 20 jahren habe ich noch offen hatte ich noch einen anderen film geschmack da war ich auch voll dabei weiß blätter horror viel blut und so da war ich voll dabei damals als musste man gesehen haben als neuer film fan jetzt kommen diese ganzen filme so nach und nach raus und ich denke mir so man die filme waren vor 20 jahren schon scheiße und die kommen jetzt alle media books raus 35 bis 40 euro pro media und die leute schmeißen sich auf diese filme drauf es ist unfassbar aber gott sei dank kann ja jeder mit seiner kohle machen was er will die labels freuen sich so teuer wird es wahrscheinlich nicht sein thema media books habe ich jetzt nicht auf der liste stehen aber es ist mir auch gerade eingefallen birnenblatt birnenblatt muss man doch hier auf jeden fall zu den flops 2022 zählen und das tut mir ehrlich gesagt ziemlich leid aber irgendwie sollte es einem auch nicht leid tun wenn man die bei den flops 2022 dazu zählt weil was die sich geleistet haben oder sollte man eher sagen was die sich eher nicht geleistet haben ich glaube das war es mit birnenblatt ich weiß nicht also es ist irgendwas erschienen im jahr 2022 von birnenblatt anfang des jahres die chucky media books oder sowas da war doch noch irgendwas fakt ist es hat auch schon bei diesen chucky media books angefangen man hört nur noch von verschiebungen und dann ich muss mich korrigieren man hört nicht nur von verschiebung man hört von verschiebungen man hört von ausreden und teilweise hört man von manchen sachen gar nichts mehr ich glaube von birnenblatt die letzten zwei bis drei bis vier statements immer nur wieder verschiebung und entschuldigung ihr müsst euch mal die kommentare durchlesen auf der facebook seite von birnenblatt es herrscht nur noch frust bei den leuten es herrscht galgenhumor pure ironie es wird schon witze drüber gemacht von irgendwelchen ich glaube american pie wurde mal angekündigt wo hat man auch nichts mehr von gehört da werden jetzt schon witze gemacht so 2026 und sowas ein mann unternehmen hin oder her da kann man den laden dicht machen man kann den laden dicht machen was ich weiß nicht was abgegangen ist es darf mich eigentlich auch gar nicht interessieren als kunden nur ich persönlich ich persönlich ich bin schon bei die klapperschlange abgesprungen als das zum zweiten oder dritten mal verschoben wurde habe ich das ganze damals storniert und seitdem nichts mehr von birnenblatt theoretisch würde ich mir noch was von birnenblatt kaufen wenn es dann mal irgendwann auf dem markt ist aber man muss ja bedenken teilweise wie tcm zum beispiel die sachen die leute warten teilweise seit ein bis eineinhalb jahren auf diese sachen die sind schon bezahlt von den meisten leuten beim jeweiligen händler gut dass ich da dran noch gedacht habe und damit wollen wir aber das video mit positiven dingen noch abschließen zu den tops 2022 im serienbereich kommt man wahrscheinlich nicht an diesen beiden editionen vorbei kochfilms hat auch noch mal miami weiß neu aufgelegt was sicherlich eine erwähnung wert ist aber dass eine neuauflage ist eine zweitauflage und nicht die erstauflage kommt das ganze auch hier nicht ins video ich habe es vor allen dingen nicht da aber ich wollte jetzt mal aufzählen nicht dass man denkt dass hier wären die geilsten editionen gewesen nee miami weiß könnte man theoretisch auch noch dazu nehmen aber als zweitauflage hätte ich das eh nicht mit reingenommen aber wir haben hier die he-man und shira in der eternia kollektion und wir haben hier drüben nightrider fast komplett was man sich wünschen kann inklusive film und nebenserien etc pp beides absolute kult serien der 80er und frühen 90er beides in absolut super hd qualität und hört auf rumzuheulen dass es in 4 zu 3 ist es ist halt so was die sachen waren früher in 4 zu 3 aber die qualität von beiden ist einfach bombe wer jetzt gedacht hat okay die eternia kollektion die ist ganz nett ja es wurden ein paar fehlerchen gemacht aber wer jetzt nur gedacht hat oh ja die ist ganz nett weil ja auch die synchronisation von den videokassetten drauf sind nein da sind auch richtig geile extras dabei und wie gesagt die bildqualität ich weiß nicht wie sie das gemacht haben ich weiß auch nicht ob das vielleicht die beste bildqualität weltweit ist die ich bis dato kenne vielleicht gibt es im ausland irgendwo das ganze schon in dieser qualität auf blu-ray ich habe keine ahnung könnt ihr wegwerfen die blu-rays von ksm könnt ihr wegwerfen das machen sowieso viele das habe ich ja vorhin auch noch vergessen bei den masters of universe origins keine toyline spaltet wahrscheinlich so sehr zwischen kaufen und verkaufen jede woche hast du ein paar leute die die komplette sammlung verkaufen wollen und jede woche hast du ein paar leute die neu dazukommen masters of universe auf blu-ray disk von ksm die dvds die blu-rays selbst die nixbo dvds auch alle auf den markt geworfen hier ich will die sammlung verkleinern naja klar aber leute jetzt mal ernsthaft wer kauft denn die ksm blu-rays für 100 euro wenn ihr das geile teil hier für 130 kriegt äh mit shira noch dabei oder selbst wenn ihr selbst wenn ihr von ksm die sachen angeboten man angeboten bekommt auf ebay kleinanzeigen ich würde da nicht mehr als 50 euro für heman und shira zusammen zahlen denn was bringt euch 80 90 euro hinzulegen und für ein paar zehner mehr bekommt ihr das geile zeug hier in geiler bildqualität in geiler bildqualität plus massive extras plus vrs synchro es ist geil kleine fehlerchen hin und her bei der beschriftung etc es wird sich ja darum gekümmert es ist einfach geil und ich kann es nur noch mal wiederholen unfassbar wie viele leute auf einmal masters of universe die zeichentricks serie so geil finden dass man so unbedingt im video zeigen muss aber vorher hat man noch nie was davon gehört dass du masters of universe geil finden im gegensatz zu nightrider ähm was will man dazu sagen hat natürlich einiges gekostet ähm ich habe es noch nicht mal richtig irgendwie auch komplett alles unter die lupe genommen was hier an gimmicks drin ist ähm kleine wermutstropfen dass die beiliegenden anderen serien und so nicht in hd unbedingt sind kann man aber verschmerzen bildqualität hier auch absolute bombe ähm nicht zu vergleichen mit ähm vielleicht hd folgen die wenn man sie mal irgendwie auf amazon prime oder so sehen könnte weil es gab ja früher auch eine riesen diskussion bei miami weiß öh das kann ich doch auf amazon prime in hd gucken ja aber die qualität war nicht gleich äh ne also damals miami weiß konntest du nicht vergleichen mit den blu rays und bei nightrider ist das höchstwahrscheinlich ähnlich die dvds könnte man im prinzip in die tonne werfen wenn das nicht so eine geile box wäre wo der kit vorne drauf ist ich weiß noch nicht was ich damit machen soll aber auch die box kann sich sehen lassen der inhalt kann sich auf jeden fall sehen lassen und die zwei teile die gab es jetzt zum ende des jahres ähm nochmal zum schönen jahresabschluss 2022 ein bisschen versöhnlicher das ganze gestaltet weil wie gesagt ähm was da auf den markt geworfen wird das meiste interessiert mich einfach nicht mehr das lockt mich auch nicht aus der reserve da irgendwie geld dafür auszugeben das können gerne andere machen was ich auch ein bisschen schade finde deswegen habe ich mich ja auch im allgemeinen so ein bisschen ja zurückgezogen aus diesem filme sammeln sammeln jetzt eigentlich auch nur noch ich hoffe doch edition die sich lohnen ähm ich bin sehr gespannt was uns im jahr 2023 erwartet ich persönlich hoffe natürlich noch auf die ein oder andere zeichentrickserie die ich da noch nicht im regal stehen habe und ich hoffe natürlich auch noch auf den ein oder anderen äh serien oder filmklassiker äh aus den 80er und 90er jahren in super 4k oder blu-ray qualität und ich bin gespannt was wir hier im einem jahr zu berichten haben und ich würde sagen leute es war eine coole zeit mit euch danke für eure unterstützung danke an die leute die ähm ja mich all die jahre begleitet haben danke an die leute die mich unterstützt haben ich wünsche euch einen guten rutsch ins jahr 2023 ich wünsche euren familien euren angehörigen einen guten rutsch ins jahr äh einen guten rutsch ins jahr 2023 und ich wünsche euch vor allen dingen viel gesundheit für euch und eure familien macht's gut meine freunde ciao 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 Vielen Dank.